Hallo, werte Zuseher von KryptoTV. Herzlich Willkommen. Ich habe jetzt neue Informationen bezüglich zu meiner Gerichtsverhandlung, zu den sechs Anzeigen, die ich bekommen habe. Die Verhandlung findet im Landesgericht in Salzburg statt. Nicht das Verwaltungsgericht, sondern das Landesgericht Salzburg. Zwar am 5. August, es ist dieser Montag, um 10 Uhr, voraussichtlich circa eine Stunde, wird die Verhandlung dauern und findet in Saal 201 statt. Jeder, der kommen will, mich beizustehen, seid herzlich bedankt. Ja, was ist jetzt übrig geblieben? Jetzt musste ja der Richter erst einmal feststellen, ob es zu einer Verhandlung gegen mich kommen wird, die ihm der Staatsanwalt jetzt gesendet hat, die sogenannten Fälle über mich. Und da ist nur noch von diesen sechs Fällen nur noch einer übrig geblieben. Eigentlich sind es sieben Fälle. Es geht ja um das Verbotsgesetz, das ich anscheinend verstoßen haben sollte. Und zu dem Verbotsgesetz kam dann noch der Zusatz, dass ich zu der Hetze auch noch Gewalt verbreiten wollte, Gewalt schüren. Der Richter hat jetzt schon mal feststellen können, dass der Zusatz zum Verbotsgesetz, dass ich zur Hetze auch noch Gewalt schüren wollte, null und nichtig ist. Also er hat erkannt, dass ich ganz und gar keine Gewalt irgendwo verbreiten wollte. Von diesen fünf Fällen, wo ich anscheinend gegen das Verbotsgesetz verstoßen haben sollte. Kurz das Verbotsgesetz, hier wo es mein erstes Video nicht gesehen haben, da habe ich es kurz erklärt. Da geht es darum, dass man die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht verharmlosen darf. Dass man auch nicht gegen Ethnien, Kulturen, Religionen hetzen darf. Das ist das Verbotsgesetz. Und von diesen fünf Screenshots, die jemand auf meinem Facebook-Kanal gemacht hatte und dann der Polizei gesendet hatte, waren fünf Stück und da ist nur noch einer übrig geblieben und der wird jetzt am Montag dann verhandelt. Also diese zehn, wenn ich sogar 20 Jahre Haft, das wird Gott sei Dank nicht mehr blühen, aber es wird dennoch kein Zucker lecken. Weil der eine Fall, naja, ich persönlich sehe mich mit meiner Aussage, da geht es um den Fall, dass ich die Verbrechen, das Leid und die kriegerische Handlung gegen das palästinische Volk, palästinensische Volk gemacht wird, ein Verbrechen ist. Und ob es halt verglichen mit vor Jahrzehnten, wo auch schon Völker vertrieben wurden, ermordet wurden und so weiter und so fort. Und weil ich eben im Grunde ein Vollpazifist bin, wollte ich mit diesem Post, den habe ich eigentlich als Hilferuf rausgeschickt, diesen Post, wo ich aufgezeigt habe, wie Kinder ermordet werden in Palästina durch diese Bombenangriffe, war das von meiner Seite aus ein Hilferuf. Weil ich möchte als Pazifist, dass die Kriege endlich beendet werden, dass wir endlich ein Miteinander von Mensch zu Mensch finden können, ja. Also, naja, man könnte sagen, ich habe es politisch unkorrekt ausgedrückt. Ein anderer könnte sagen, ich hätte es andere Wörter finden sollen, um dasselbe, was ich mir denke, meinen Ausdruck verleihen zu können, ja. Aber ja, so ist es. Vor alle Fälle würde mich echt freuen, wenn es mich unterstützt vor Gericht, mit eurem Beistand. Na ja, und ansonsten sehen wir uns am Montag Tag. Oder auch nie wieder. Nachdem. Wir sehen uns. Danke. Baba. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Tschüss.